hallo liebe bastler kaum zu glauben aber wir sind am letzten tag unsere team videos bereits angelangt denn ab morgen startet die celebration endlich geht's los und bevor es morgen soweit ist komme ich heute noch mal mit einem unglaublichen projekt um die ecke und zwar von unserer ines kurz und die ines hat uns ein mini album gebastelt also die fordert mich so richtig heraus und tja das war mir jetzt gemeinsam bergeln so liebe bastler das ist also das mini album das wir heute basteln wollen das ist das erste mini album das sie als videoanleitung machen wird also es ist wirklich eine premiere und ich glaube es ist erst das zweite mini album überhaupt also ich bin eher karten und verpackung bastler wobei mir das schon spaß macht auch als mini album zu gestalten also ich bin schon ganz gespannt die liebe ines hat mir einiges an anleitungstext zukommen lassen also so ungefähr glaube ich zu wissen was sie da jetzt zu tun haben wir werden sehen wie gut es glückt jedenfalls denke ich weiß was sie so machen sollte und das interessante ist dass sie als ausgangsprodukt nicht ein stempel set gewählt hat sondern aus der celebration broschüre das kartenset das heißt ab die post und ich finde das wirklich eine ganz gute idee auch einmal so ein kartenset umzubauen in einem mini album und das hat mir echt total gut gefallen also ich finde das ganz ganz klasse und freue mich jetzt schon riesig drauf die kuverts kommen in diesem fall jetzt nicht in einsatz aber kurze kuverts kann man entweder dann für ein anderes mini album verwenden da gibt es ja auch ganz viele schöne anleitungen dazu oder aber natürlich für sämtliche karten die man verschickt ist ein schönes kuvert immer gut und die sind so neutral gehalten dass jetzt echt eigentlich zu total viele sachen super passen werden also das macht einmal gar nichts und der rest kommt größtenteils in einsatz die ines hat schon gesagt es ist jetzt nicht so tragisch ob ich das jetzt ganz gleich gestalte wie sie sie macht das einfach einmal als vorschlag das ist so ihre variante dazu ich darf mich aber ruhig frei fühlen und das auch ein bisschen anders machen also ich lasse mich jetzt wirklich inspirieren während ich da arbeite ich habe noch überhaupt keine ahnung wie ich es ganz genau machen werde ob es dann eins zu eins unter Anführungszeichen so wird wie es uns die ines vorgebastelt hat größtenteils wert zu werden aber es kann sein dass ich dort oder da vielleicht ein bisschen andere farbe einsetze oder mit der deko irgendwas anders machen werde mal schauen also ich lasse mich jetzt offen und freue mich dass ich eben so offen arbeiten darf in dem projektkit das ist vielleicht noch ganz interessant sind eben die netten ecken die sie da unten aufgeklebt haben die finde ich wirklich echt also das macht die natura total wow das schaut voll cool aus schaut so aus wie wenn es aus metall eingestanzt werden wie ich es ausgepackt habe habe ich mir gedacht huu da habe ich da noch Stanzarbeit dabei sind das die Kleber wie cool ist denn das oder hihi und da sind noch so lustige kleine mini klammern dabei die total nett sind und eben die printmarken also die lassen sich dort auch schön einsetzen ich bin gespannt vielleicht verwende auch einen von die aufkleber die dabei sind und wir haben verschiedene karten die eigentlich dort hinein gehören in die schlitze und die werden wir auch zu einem teil zumindest verwenden mal schauen und neu ist natürlich die die grundbasis sind die karten die in dem projekt set drinnen sind die eben da die klebestreifen haben dann klebt man sie normalerweise dazu und verwendet das ganze ding einfach als karte normalerweise funktioniert das dann so und da vorne kommt die einsteckkarte rein so ist es als kartenset geplant und so dann rein ins kuvert und ab eben durch die post jedenfalls ja wir werden das natürlich auch mehr oder weniger so zusammenbauen aber eben nicht immer gut ja ich würde sagen von der seite her habe ich jetzt einmal schon alles gesagt wegen dem wegen dem kartenkit wie wir das eben verwenden werden und jetzt möchte ich ihnen noch ganz ein kleines bisschen erzählen von der ines die ines kommt nämlich aus deutschland ist auch eine meiner deutschen demonstratorinnen die zum glück den weg in mein team gefunden haben und sie kommt aus vogelsberg kreis das ist da im bereich hessen die ines ist verheiratet sehr glücklich mit ihrem mann das ist auch immer finde ganz wichtig dass das gut passt und hat bereits zwei große kinder und sie hat mir erzählt dass sie eigentlich schon immer sehr sehr gern gebastelt hat speziell wie die kinder noch klein waren und dazwischen wie das so im leben ist verändern sich so manchmal verschiedene dinge und man verliert so manche europas ein bisschen aus den augen aber eine ihrer töchter hat dann begonnen oder macht sie das schon länger das weiß ich jetzt nicht so genau jedenfalls die macht das dekorieren von die filofax also von den terminplanern das gestalten mit waschig und stempeln und was halt da so alles unterwegs ist was unglaublich lieb ist also ganz nett was da sich so tut ist ein ganz schöner bereich auch von dem ganzen stempel hobby und über diesen bereich der tochter ist sie irgendwie so ein bisschen angesteckt worden und hat das basteln für sich wieder komplett neu entdeckt und das ist eigentlich auch einmal schöne geschichte dass man bereits schon mal früher an dem hobby dran war sich das wieder so ein bisschen verliert und zum späteren zeitpunkt dann über die kinder über die eigenen irgendwie wieder so ein bissel zu dem hobby findet also das finde ich ganz schöne geschichte das hat mir ausgesprochen gut gefallen jedenfalls hat sie sich dann letztes jahr in der celebration zeit dazu entschieden bei stampin up einzusteigen und war aber nicht bei mir im team sondern in einem anderen team und irgendwie warum auch immer hat das halt nicht so gepasst jedenfalls im sommer wir dann die zehn stempel kissen noch mal so als ja man möchte fast so eine kleine celebration sozusagen da war es in dem jubiläum wo man das bekommen hat als einsteigerin hat sie sich dazu entschieden es noch mal mit stampin up als demonstratorin zu zu probieren und hat sich dann für mich entschieden und das hat mich unglaublich gefreut also ich weiß eigentlich gar nicht ganz genau was oder ausschlaggebende grund war waren es meine videos weil wir kennen uns natürlich persönlich nicht aber irgendwie ist heute innes vorgekommen sie möchte gerne mein team und war natürlich sofort bei mir sehr herzlich willkommen ist ja eh klar und anhand dieser geschichte das war mir deshalb auch noch wichtig zu erzählen ist dass auch wenn sie schon mal früher zum beispiel bei stampin up waren und es ihnen nicht so gut gegangen ist oder sie sich nicht so wohlgefühlt haben im team oder irgendwie vielleicht auch noch nicht so ganz der richtige zeitpunkt war wie auch immer probieren sie es ruhig noch mal sie haben ja nichts zu verlieren steigen sie einfach wieder ein bei einer demonstratorin ihrer wahl und da liege ihnen wirklich ans herz suchen sie sich die richtige ablehnen das macht unglaublich viel aus ob man sich in dem team wohl fühlt oder nicht und vor allem ob man sich mit mit dem menschen wohl fühlt wo man mit seinen fragen normalerweise kommt einfach als tipp von mir das ist ich finde das ist einfach total wichtig es macht viel aus ob es gut funktioniert oder nicht jedenfalls bei mir sind sie logischerweise herzlich willkommen und ansonsten ist für sie das auch deshalb noch mal wichtiger gewesen weil sie einfach sagt es ist für sie ein hobby sie möchte es nicht als geschäft betreiben sondern sie macht nur für sich und das ist auch vollkommen in ordnung und gönnt sich einfach die produkte um einen günstigeren preis und das finde ich total legitim und auch schön dass es so ist und vollkommen in ordnung und die freue mich eben dass es ja dass die ihnen ist den weg zu mir gefunden hat jetzt die die song starten wir los mit dem projekt von der ihnen ich habe mir jetzt so gedacht dass ich mal grundsätzlich mit ihnen so ein bisschen vorbasteln werde und wenn man aber dann vorkommt ok da wiederholen sich jetzt die gleichen schritte dann werde ich vielleicht dazwischen drinnen auch mal ein bisschen schnell durchlaufen lassen damit das video jetzt nicht den rahmen total sprengt gut in dem sind ja die song starten wir mal einfach los mit dem grund mit dem grundbeginn und ja springen wir rein ins abenteuer mini album gut dann legen wir los mit den grundvorbereitungen und zwar mal von den karten bei den karten haben wir jetzt vier mal das dunklere grün und vier mal helleres grün zur verfügung und da werden wir uns jetzt einmal als allererstes in die kleinen stanzungen alle raus geben und vielleicht ein papierloch zeugt zu hilfe und das sind da unten auch noch mal zwei kleine löcher die machen uns auch frei und durch diese kleinen löcher werden nämlich jetzt dann gleich ein band durchziehen mit dabei bei dem set ist ja so leinen faden in wie sagt man jetzt vanille wo habe ich den jetzt hingelegt verlaut da viel ich habe mir ein bisschen normalen leinen faden noch dazugegeben und ein bisschen von dem von dem grünen der jetzt auch im frühlings sommerkatalog ist und da ist der vanille der bei dem set dabei ist das heißt ich werde jetzt da einfach mal alle öffnungen machen und so wie die ines die maschen durchziehen und einmal bei jedem von dem von einem karten teil mal diese maschen machen jetzt sind also alle maschen gebunden und ich habe mir gedacht ich möchte gern so viel abwechslung wie möglich haben das heißt ich habe ganz bewusst bei jedem andere maschen gebunden also es ist keines jetzt ganz gleich als das andere habe mir dazu noch zwei bänder geholt oder ja wie soll man sagen sind bänder fäden kordeln eher die wir im herbst winter katalog jetzt gehabt haben ich finde die passen jetzt total super zu den naturtönen dazu gut dann gehen wir weiter der nächste schritt ist jetzt dass man bereits zukleben kann und dafür braucht man nur die klebestreifen die ja eh schon da sind also die schutz dinge abziehen und dann kann man doch diese karten bereits verschließen vorsicht manchmal sind die nicht ganz so schön gefalzt sie da jetzt gerade gleich dann schließen wir sie lieber auf der äußeren seite und dann erst auf der inneren weil dann stimmt das eher so und dann geht das da wunderbar jetzt schon noch mal unsere lasche ist doch nett gut das werde ich also jetzt auch glaube ich bei alle machen oder vielleicht schauen wir gerade mal schnell einmal das album durch dass wir wissen was wir zu tun haben oder das machen sie also und da hat sie uns das ganze verschlossen mit einer buchklammer das kann man da ganz schön aufmachen also da haben wir die lasche geschlossen innen die verzierung um die kümmern wir uns gleich und sie hat immer alles so gestaltet dass man kleine fotos ein kleben kann und natürlich auch texte dazu schreiben kann so wie das eben für mini album typisch ist und es gibt dann natürlich viele so einstecker also so decks sagt man dazu also so kleine karten wo man auch noch ein foto drauf kleben kann oder eben was dazu schreiben kann wie auch immer also da hat sie sehr viel gemacht aber zu dem können wir ein kleines bisschen später noch was ich ganz süß finde sie hat dazwischendrin so pergamentpapier eingefügt das gefällt mir total gut auch da kann man natürlich super foto drauf kleben schaut natürlich schön aus und das haben wir natürlich da jetzt auch wieder mit einem einstecker und so weiter schauen wir mal wie man das da öffnet auch da hat es sich überhaupt total geschlossen also da kann man auch ganz zumachen und dort sind ja wie sagt man jetzt dazu also was das auf englisch steck hast einsteck briefchen zeugs sie wissen schon was sie machen okay haben wir wieder so eine hülle und da haben wir wieder eins offen da hat sich da noch mal ganz nett so eine tasche kreiert aus pergamentpapier das werden wir auch machen dann was haben wir da noch aber ich glaube sie hat aha lustig da hat sie mit klett gemacht auch die klett verschlüsse hat sie mir mitgeschickt dass ich das auch machen kann das finde ich ganz lieb schön da muss man natürlich dann das kartal einschneiden sonst funktioniert es mit dem bindering nicht dann hat sie noch mal eins gemacht mit buchklemme zum verschließen und dort sie auch unten noch mal so ein kleines einsteck einsteck lasche gemacht wo man ein foto oder was reinstecken kann und wieder mit buchklammern ach das ist auch nicht da hat es eins direkt verschlossen mit die eyelet das so zu kaufen gibt muss man also das öffnen die masche da sieht man sehr schön da hat sie ganz wunderbar gezeigt was für verschiedensten möglichkeiten es gibt die dinge zu gestalten ach schau und das hat sich ja pfiffig gemacht da hat sich die bände mit die eyelets gleich so dass man da nicht durchfedern braucht das ist ja vielleicht wiff sehr cool ja das ist auch eine bärige idee dann was haben wir da da hat sich wieder zugeklebt also wir können zwei ganz verschließen und da haben wir noch eine magnet variante super ok aber ich weiß jetzt zumindest dass man alle karten wirklich einmal von unten rauf schließen können also so wie bei dem das können wir mal bei alle machen und bei zwei können wir auch da dann den teil zukleben so dass man nur noch von oben die öffnung hat sozusagen es war ganz hitzig weil die innes hat gesagt sie wollten nicht so viele karten total verschließen weil sie ja innen drinnen so nett sind und da gebe ich ja vollkommen recht also der meinung bin ich echt auch gut schön aber jetzt würde ich sagen ich mache mal alle karten zu das geht wieder im schnelldurchlauf oder ich mache eine blende mal schauen so jetzt sind alle verschlossen bis auf ein letztes und bei dem letzten dort ja die innes den magnet eingebaut und den kleben wir uns natürlich da rein wo man den kleben wir uns natürlich da rein wo man also da dazwischen dass man den zweiten magneten nicht sieht macht natürlich sinn das heißt da ziehen wir uns den kleber ab und setzen uns das da so ungefähr in die mitte das ist eigentlich nicht ganz so tragisch finde ich setzen wir es einmal daher eher am rand heraus also jetzt nicht nicht zu weit drinnen da bin ich jetzt wirklich ganz am rand aber egal ist nicht so tragisch dann kleben wir das teil da schön zu und damit ist der magnet jetzt so semi verdeckt bei mir sieht man ganz ein kleines bisserl aber das ist jetzt nicht tragisch und den zweiten klipseln wir da einfach dagegen ziehen die schutzfolie ab und dann machen wir die karten zu drücken drücken drauf und damit ist der zweite da draußen also bitte klemmt ein ein bisschen weiter drinnen hin meine ist jetzt echt da eigentlich zu weit draußen mal schauen ob ich das noch verändern kann irgendwie schauen ob wir das da noch ein bisschen weiter rein der stopfen irgendwie war es gescheit man sich das vorher ein bisschen genauer anschauen aber so ist eben das wenn man das das erste mal macht dann passieren halt solche fehler leider auch gut da rüben versetzen geht nicht mehr aber ich setze jetzt den zweiten da einfach ich versuche den jetzt da einfach ein bisschen rein zu drücken beim schließen dass der zumindest ganz auf dem papier ist und der rest ist ja dann nicht so das halt ja dann trotzdem zu zumindest da bis sie weiter drinnen ist ok das akzeptiert für mich zu halten tut es passt gilt schön jetzt haben wir da alle verschlossen und jetzt können wir uns eigentlich schon die nächsten schritte kümmern und zwar werden wir ich glaube die einstecker vorbereiten nein wir fangen jetzt an mit der innes ihrer technik die innes hat sich nämlich entschieden für die distress masking tape technik das heißt sie verwendet stempelkissen und fingerschwämmchen mit denen sie das ganze so ein bisschen ja so ein bisschen inkt also distresst sozusagen und sie verwendet auch waschidepp da hat sie mir ein bisschen waschidepp mit geschickt sozusagen damit ich das machen kann total nett ich hätte schon waschidepp gehabt aber ich nehme jetzt natürlich das gerne her und damit bedupft sie das papier das heißt wir haben jetzt einige flüsterweiß streifen die ich mir da schon in die richtigen größen zugeschnitten habe die ganze maße kriegen sie natürlich wieder bei mir alle auf meinem blog und der link dazu ist wie immer in der infobox also sie brauchen da jetzt keine sorge haben sie kriegen alle maße die sie brauchen und mit dem fangen wir jetzt an die ganzen papiere mal so vorzubereiten wie das bei der innes da auch ist also die hat da diese diesen vintage look kriegt sie eben her mit dem distressen und mit der masking tape technik und die masking tape technik ist nichts anderes als verwaschidepp ein bisschen eine zu dunkeln in die stempelkissen und dann aufs papier drauf zu drücken ich habe das in meinem leben überhaupt noch nie gemacht also ich bin jetzt ganz ganz gespannt wie das ganze funktioniert es wird also wieder einmal sowie wie so oft bei meinen teen videos eine totale premiere ich habe mich entschieden für die farben farngrün und savanne ich finde das beide gut dazu passen ich lege jetzt einfach mal los und zwar werde ich einige von die von die papiere die ich dann dort drauf kleben werde einmal an die ecken bearbeiten sprich mit unserer dreifach stanze werde ich ein paar ecken abrunden und bei ein paar vielleicht auch so ein bisschen die öffnung aus der stanze und wenn ich meine ganzen wie soll ich jetzt sagen meine ganzen aufleger alle bearbeitet habe so dass man mit der richtigen technik loslegen können dann schauen wir wie es weitergeht so meine lieben jetzt habe ich alle einsteckkarten und auch aufklebkarten also aufleger vorbereitet ich habe sie manchmal rundherum gerundet ich habe manchmal an zwei seiten gerundet und manche öffnungen gestanzt und da habe ich jetzt einfach so nach belieben mir das vorbereitet überall die dementsprechenden stück und auch ein bisschen unterschiedlich sie werden es dann sehen wenn wir es zusammenbauen jedenfalls jetzt beginnt der technik teil sozusagen und zwar habe ich mich eben entschieden für farrengrün aber das habe ich eh schon gesagt und für savanne und jetzt geht es los mit rundherum einmal inken das kann man jetzt auf verschiedene varianten machen man kann jetzt entweder hergehen und die fingersparen mal eintauchen und einfach nur am rand entlang fahren dann ist es ein bisschen dezenter jetzt machen wir das einmal einfach bei einem da kann man natürlich entscheiden wie weit oder wenig weit man eben reinfährt den fingersparen mal desto mehr oder weniger farb hat man eben dann drauf das ist also diese variante dass man das ganze praktisch in der luft hält und die zweite variante wäre das mache ich jetzt einmal mit dem grün dass man sich das ganze einfach auf ein schmierpapier lebt und von der mitte weg nach außen wischt auch das ist eine variante wird dann dort und da ein bisschen kräftiger ist so wie ein bisschen tupfiger hat aber auch einen ganz netten charakter dann können sie natürlich auch also man sieht schon das wirkt ganz ganz anders obwohl es eigentlich nichts anderes ist sie können aber auch das ganze von außen nach innen ansetzen das heißt in kreisenden bewegungen das ganze machen dann wird es ein bisschen zarter ergibt wieder einen anderen effekt also man sieht schon mit den fingersparen da lässt sich echt total viel nettes machen ist ein bisschen gleichmäßiger von der art her und ich finde gerade so beim mini album die leben ja ein bisschen davon dass es ein bisschen unterschiedlich ist also sie sehen schon da hat man jetzt komplett unterschiedliche effekte vielleicht jetzt war es noch eher am ähnlichsten wobei da hat man eben die härteren kanten und da ist es so ein bisschen ausgesoftet in die mitten rein also ganz lieb und genau das werde ich jetzt einmal in verschiedensten varianten bei allen karten machen und dann schauen wir gemeinsam wie es weiter geht so da la jetzt ist also alles durchgefärbelt also gedistresst sozusagen ich habe da manchmal auch die farben abgewandelt also abgewechselt dass ich einmal braun dort herum gegeben habe und dann einen grünen teil dort herum und dann wieder umgedreht also sie sehen schon sie haben da ja ihrer fantasie ist da sicher keine grenze gesetzt ich habe sie jetzt einfach einmal rundum ein bisschen durchgemacht und jetzt kommen wir eben zu dieser masking tape Färbetechnik ich habe jetzt vergessen wie es heißt aber sie sehen sie eingangs beim video und die innen sagt man braucht wirklich noch so ein ganz kleines Stückchen taucht das dann in die Farbe ein also ungefähr so und drückt das dann auf die karten drauf und jetzt nehme ich mir gerade einmal eine mit braunen Rand weil jetzt klingt noch einmal nach und das drückt man dann vorsichtig ah schau wie cool das drückt man dann vorsichtig da drauf und dann ergibt das eben das ist ja vielleicht lässig das ergibt dann voll den coolen Effekt ja wie cool ist das denn jihihi lässig das schaut voll cool aus ja so kann man natürlich auch ganz ganz lässige Hintergründe gestalten das muss auch nicht einfallen oder so manchmal bin ich wirklich überrascht was den Leuten so als einfällt cool gut also so die Technik der Effekt ist echt der Hammer und das werde ich jetzt so auch wieder so ein bisschen rundum durch gestalten ich denke es ist zum zuschauen vielleicht jetzt nicht ganz so spannend von daher schritte wieder blende so undala jetzt haben wir also alles in dieser Technik bearbeitet und auch bei den Karten Innenseiten habe ich noch ein bisschen ein bisschen mit Fingerschwemmchen Farbe aufgetragen und mit der Washi Tape Technik also ich finde das ganz lässig das geht irre schnell also das geht wirklich gerade so zack 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 da hin Sie können auch das gleiche Washi Tape aus der Farbe ruhig öfter aufs Papier drucken also das funktioniert super und ich habe noch von den kleinen Briefmarkern die habe ich jetzt alle rausgedruckt und auch diese habe ich ein bisschen mit Farbengrün und mit der Savanne noch bearbeitet und jetzt fangen wir an unser Mini Album zusammenzusetzen das heißt bevor wir mit dem noch loslegen brauchen wir gerade noch die Zwischenblätter und da nehmen wir uns das Designerpapier Blütenfantasie glaube ich heißt es wenn nicht dann sehen Sie es in Kürze da weil dann blende ich es ein jedenfalls da brauchen wir von dem Bergament Papier jeweils einen Streifen und da schneiden wir uns gerade noch zwei rosa-rote Teile aus und zwar mit den Blättern und dafür brauchen wir einen Bleistift und legen wir uns gerade einmal das da drauf unten schön anlegen lassen so schauen dass das überall dann drüber aussteht und dann fahren wir uns da gerade einmal mit dem Bleistift rundherum und dann können wir nämlich das gerade dann da ausschneiden das Loch auch bitte anzeichnen sonst wissen wir noch nicht wo wir ausstehen müssen dann machen wir da zu und von da nochmal runter und das ganze mache ich jetzt da oben gleich nochmal das brauchen wir nämlich jetzt eben wie gesagt von jedem Bergamentpapier zweimal also außenrum noch anzeichnen darunter keine Karten legen darunter keine Karten legen dann machen wir zu und von da noch fertig runter dann haben wir da schon mal die zwei angezeichnet und dann machen wir das frisch bei den anderen zwei vielleicht auch noch gleich nehmen wir nochmal den gleichen wenn es gleich ist nehmen wir uns das da schön auf und düsen die Runde herum dann 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 werde ich die vier jetzt geschwind noch ausschneiden und dann legen wir los mit Mini Album zusammenbauen und weiter geht's jetzt werden wir als erstes einmal alles zusammenbauen und zwar werde ich mir als erstes die zwei wo ich innen nichts gebracht habe die werde ich mir als erstes zukleben und zwar mit Dombo fahre ich mir da einfach der Kante entlang einmal unten rum und dann einfach einmal rauf dann so generieren wir uns dann eine Tasche wo wir dann einen von unsere Einsteck Einsteckteile rein geben können so so gut ups so und dann werden wir gleich den zweiten noch machen dann werden wir einen in dunkelgrün und einen in hellgrün aufgehöpfen auch da einmal schnell die runde Düsen so so damit haben wir die zwei schon die geschlossen sind und da werden wir jetzt gleich hinten drauf unsere Klebedinger geben ich habe jetzt da verschiedene Größen und zwar einmal für innen drinnen für die zweite Seite und einmal für hinten draußen innen drinnen und außen draußen und jetzt ist gerade die Frage was ist netter ich glaube netter sind die kleinen drinnen und die größeren draußen mal gucken wie unsere Frau Ines das gemacht hat ja genau die größeren hat sie noch draußen gegeben und die kleineren innen drinnen genau so werden wir das auch machen ok dann werden wir einmal gucken und zwar im Prinzip ist es jetzt eigentlich ganz egal wie wir das machen fangen wir mal mit dem geschlossenen an dann gebe ich da hinten drauf ein größeres in ich bleibe in grün das ist jetzt so ein grünes Teil geben wir da das drauf das klebe ich mir jetzt natürlich flächig drauf weil da drauf kommt ja dann entweder ein Text oder ein Foto oder was auch immer da braucht da jetzt nichts mehr bewegbar sein schauen dass wir das da hinten schön drauf haben und für innen rein geben wir da dann einen von die zwei wahrscheinlich könnte ich mir vorstellen wie auch immer das schauen wir uns dann mal an jedenfalls das ist jetzt meine Tasche Nummer eins dann nehmen wir uns gleich die grüne die da komplett zugeklebt ist und da hinten drauf dann geben wir dann haben wir den so wahrscheinlich verfolgen die 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 das Mini Album basteln da einen bestimmten Plan haben da vielleicht irgendeine bestimmte Abwechslung drinnen ich habe jetzt keinen Plan ich mache es jetzt einfach wie es mir daherkommt und so baue ich es jetzt zusammen und aus die Maus weil es sowieso total nett ist bauen wir das da rein so und hinten drauf wieder einen größeren da nehmen wir jetzt den anderen her dann nehmen wir jetzt unseren abgerundeten so 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 da natürlich schauen dass man an die Stelle nicht drüber ausklebt oder ein bisschen rund hat so das ist der dann nehmen wir wieder einen grünen dunkelgrünen dann kleben wir da wieder einen kleinen rein nehmen wir den ja nehmen wir den ja nehmen wir den hoffentlich schlägt die in dass die Hände über den Kopf zusammen denkt sich was macht sie denn da so aber wie gesagt das ist jetzt eigentlich mein erstes Mini Album was ich so in der Form mache von daher ist das jetzt einfach wie es ist so und dann und dann haben wir da ja schon das nächste liegen dann machen wir gleich das dann kleben wir den Teil wieder innen rein und außen drauf einen grünen den machen wir den so dann ich muss jetzt da gerade mal schauen wie viel habe ich denn noch ich habe da noch eins, zwei, drei für innen noch zwei für außen noch zwei dann nehmen wir da jetzt mal so einen her und geben den oder geben wir den außen drauf aber vielleicht außen drauf nicht schlecht aber wir nehmen einen so einen genau genau so den wir da jetzt natürlich nicht ganz rauf mit dem Kleber mal schauen wie weit kann ich ungefähr bis da so schön dann kleben wir den da hinten drauf dann kleben wir den da hinten drauf und da machen wir jetzt innen drin auch einen Sohn oder das das muss mal einen ganz anders haben geht doch hoch oder oder Ines geht doch hoch egal ich mach das jetzt einfach so aber wir schneiden das da ein Stückchen ab genau jetzt gehören wir uns jetzt gerade hin so um um zwei Zentimeter genau zwei Zentimeter dann fahren wir da unten nochmal schnell mit dem Fingerschwemm ein bisschen rum und ein bisschen grün ein bisschen grün als Abschluss haben und dann müsste das eigentlich da total gut passen kleben wir schräg das ist einmal nett oder sapfiffig kleben wir es schräg weil es gleich ist mal schauen da können wir eigentlich ziemlich weit auffahren so müsste es ungefähr passen so müsste es ungefähr passen cool he das schmeckt ganz anders da haben wir noch schön die Lasche drinnen kleber ist keiner da wunderbar das ist perfekt dann ist dieses nächste dann haben wir diesen da dem verpassen wir jetzt nur noch was für innen drinnen nehmen wir den nehmen wir den ja nehmen wir den das ist ja so ein besonderer mit dem Magnet dann darf innen auch ein bisschen besonders sein das ist jetzt mein letzter mit dem Magnet dem gebe ich jetzt hinten drauf nichts das lasse ich gerade so und dann haben wir noch diesen da und bei dem letzten da klemmen wir uns jetzt hinten drauf mal gucken hinten drauf nochmal braun irgendwas glaube ich wird jetzt ein bisschen anders gemacht als die Ines weil mir jetzt da was über bleibt aber das macht ja nichts lieber zu viel als zu wenig so und innen rein bauen wir das bauen wir das bauen wir das passt gut dann haben wir das zweite große innen drinnen dass das auch wieder ein bisschen anders passt genau dann haben wir momentan das Rest mal gucken ob wir den noch irgendwo dann einbauen so dann geht es da an unsere Einstecker und zwar bei denen zwei werden wir jetzt gleich ein Band dran bauen und da habe ich mir gedacht eventuell dies oder oder wenn ich das zu dem goldigen mit dem goldenen Eilat äh mit dem goldenen Bindering hm ich glaube ich bleibe bei Gold nehmen wir das das fädeln wir jetzt da gerade durch und dann werden wir das oben einfach zusammenbinden und das machen wir bei Bade gleich da hat es gar nicht so viele Umstände und dann binden wir uns das zusammen mit einem Band und da nehmen wir das olivgrüne das finde ich nicht das finde ich gerade total passend so dann dann bauen wir uns da gerade einen Knoten drauf und dann kann man das einfach total netter ziehen und das lasse ich jetzt gerade zu und jetzt ist gerade noch die Frage weil nämlich weil nämlich man kann ja so Mini Alpen natürlich gestalten und dekorieren ohne Ende also da gibt es ja Möglichkeiten von bis ganze Meter eigentlich gefällt mir das besser wenn das nicht ganz so spitz ist da und jetzt kommt mir vor dass eigentlich zu den ganzen Themen nochmal unsere Schmetterling-Dinger da eigentlich total gut passen oder auch die Blümchen jetzt verwenden wir da einfach ein paar von den Holzteilen weil das total nett ist und die gibt es ja, habe ich ja schon bei einem von den letzten Videos gesagt auch bei der Celebration heuer tja schaut das nicht putzig aus total nett jetzt mal dem ganz netz noch Maschal drauf das ist ja das man kommt ja dann echt vom Hundertsten ins Tausendste das ist ja so putzig obwohl ich finde dann kommt die Blüte gar nicht mehr so gut aus also nein, lassen wir es ohne lassen wir die Blüte für sich wirken und die Bänder schneiden wir einfach ab und lassen sie so ganz wild in der Gegend rumstehen nett oder? schaut jetzt nicht hitzig aus ich finde es ganz putzig das mache ich jetzt beim Warten auch gleich also unsere Einstecker also mit den Holzteilen ich bin da ganz begeistert da kann man so liebe Sachen machen und das ist volle viel also was da drinnen ist in der Balkon das ist unglaublich wie viel da dabei ist das ist halt einfach schön bei der Celebration das finde ich echt super das Tempenab da echt großzügig ist also da es sind keine kleinen Geschenke die sich da austeilen und die ist drei Monate lang also das ist wirklich spitze freue mich schon sehr dass wir da die Möglichkeit haben an unsere Kunden so viel weiter zu geben so abschneiden dann wollen wir uns die gerade noch ein bisschen ein bisschen flacher machen so bestens gut das sind also unsere zwei Einsteckteile ok so dann schauen wir mal gucken wir mal wie sie das so gedacht hat ich weiß dass sie eins hat es einmal da hineingesteckt gehabt so dann nehmen wir das gleich aus und das steht dann da natürlich drüber und dann hat sich das einfach umgeknickt ich finde das ist ja auch eine mega Idee oder das geht ja total gut dann haben wir das am Tag so zum Wasser ziehen das ist die Kochspitze und das lassen wir mal gleich so und dann ist die für meine Begriffe ist dann das eigentlich schon so gut wie fertig vielleicht mit dem Falzbein drüber fahren dass das dann da schöner drinnen hat genau vielleicht nicht ganz so tief dass es nicht aufsteht und dann putzig so Nummer eins achso genau das hat sie auch noch gemacht sie hat noch bei dem Post total hitzig bei ganz vielen so ein bisschen einen Goldschimmer drauf gebaut und das gefällt mir auch total gut das wollen wir jetzt auch noch geschwind machen und zwar mit einem Fingerschwammel und mit Goldfarbein und unserem Vegasgold dann werden wir da gerade noch so einen Hauch Gold aufbauen da pfen wir mal da vorsichtig rein dann brauche ich nochmal ein bisschen Schmierpapier und dann formen wir da gerade so ein bisschen drüber auch über das Post lässig macht nochmal ganz einen ganz einen coolen Effekt total edel das werde ich jetzt auch noch geschwind bei allem machen weil dann kann das derweil schön durchtrocknen irgendwie jetzt natürlich mit dem leichten Vintage Look lässt sich da schon auch so einiges machen so sehr cool das sind halt alles so Kleinigkeiten die sind jetzt gar nicht so viel Aufwand sie sind natürlich alles einzelne Schritte ist schon klar aber die machen dann im Endprinzip machen sie die dann genau aus dass ein Projekt einfach ein bisschen interessanter wird das ist eigentlich gar nicht da werden ganz gleich werden oder ein bisschen tupfen passt es zu innen ein bisschen dazu so und schon haben wir den ganzen ein bisschen ein bisschen Glamour aufgezaubert gut so weiter geht's und zwar mit unserem nächsten nehmen wir jetzt eins von denen unten das ist ja das coole das geht ja total schnell wenn es zu dünn aufgetragen ist dann ist das total geschwind trocken und damit können wir schon weiter arbeiten und das ist jetzt unser letzter Teil da dann könnten wir da vielleicht das einsetzen setzen wir da den Teil rein genau und dann das ist schon ziemlich lässig schon ziemlich lässig ich habe jetzt eigentlich noch echt total viele Möglichkeiten das lasse ich jetzt einmal so da da haben wir ja den Teil nein, nehmen wir mal den das ist jetzt eine mit Lasche da haben wir gesagt, da brauchen wir so einen Tag setzen wir den da hinten rein machen wir das ein bisschen versetzt machen wir das ein bisschen versetzt und vorne vorne setzen wir das Wein rein das geht natürlich auch mal kurz dann schon ganz reinstecken und vielleicht das ist wenn man den da oben ein bisschen kürzt das ginge auch oder? man könnte auch dem auch zur Art Eselsoar verpassen warum nicht? oder? warum nicht? das ist ja so vintage da haben wir dann ein bisschen ein bisschen braune Farbe drauf dann ist das einfach so eine Vintage Eck genau so lassen wir das auch weil das gerade ganz gleich ist ach so putzig finde ich das lässig gut das ist der nächste dann haben wir da unseren nächsten das ist der zweite noch den wir da auch wieder so rein rein ach so hi hi natürlich schon hinten rein schieben und vorne mache ich da nochmal so mit der Blume dann schieben wir da auch ganz runter ok der hat jetzt da ein bisschen zu wenig nachher ist auch gleich dann schnipseln wir ihm da so eine Ecke rein dann geht das auch dann haben wir da trotzdem noch Platz für die trotzdem noch Platz für den Bindering man kriegt ihn dann trotzdem raus schön das ist der dann haben wir da noch einen den setzen wir jetzt dann so an vorne rein das passt auch super das lassen wir so und dann haben wir diesen da dann machen wir nochmal so ein Blümchen vor rein genau und da einfach wieder so eine Ecke raus schneiden weil ich finde das hat jetzt eigentlich ganz gut ausgeschaut dann lassen wir es diesmal mit einem Blütenblättchen mitlaufen dann dann meint er wahrscheinlich nicht einmal Peppers genau cool passt da dann haben wir noch zwei da haben wir das innen dann nehmen wir das da für draußen da haben wir das innen ich setze da wieder so ein Eselsei ich habe das lustig gefunden in dem Fall wird es jetzt so grün gemacht an der Stelle und da haben wir jetzt für außen keinen mehr nehmen wir da noch einen über dann nehmen wir den mal schauen ob der da Platz hat Grot und Grot nieder zweimal den ein kleines bisschen einkürzen dann machen wir die Ecken abrunden dann brauchen wir nochmal ein bisschen Savanne Tja und schon macht kein Mensch mehr was war immer so gewesen immer so gedacht das lassen wir gerade so genau und da haben wir jetzt für innen drinnen noch so eine so eine Lasche die wir da rein geben könnten aber jetzt denke ich gerade da bei dem ist so viel los da suchen wir uns jetzt so anders wo weniger los ist vielleicht das das ist relativ ruhig genau das nehmen wir oder das ist jetzt eher weniger spektakulär dann bauen wir es da drauf und da nehme ich jetzt auch einen Dombo da habe ich übrigens mit der eine eineinhalb Inch Stanze gerade einen Kreis rausgestanzt so ein Stück dran ich habe das dann genauso bestempelt und geinkt und jetzt geben wir da an drei Seiten ganz draußen einen Dombo drauf wenn er mag er mag er mag mich noch und dann gehen wir an der Stelle dann gerade ein bisschen eine Wascheteb drauf gut eher da unten denke ich so jetzt lassen wir da oben ein bisschen drüber ausstehen weil das gleich ist genau jetzt sieht man da natürlich ein Kleber das wäre jetzt weniger hübsch aber wir haben ja etwas Wascheteb und da hat man und ihnen ist ein ganz schönes mitgeschickt ein goldiges und das klebe ich mir jetzt da einfach drüber ganz am Rand da draußen klebe ich da das jetzt her und dann sieht da kein Mensch mehr den Kleber drunter ist doch eine gute Idee oder? hier muss man jetzt hier da kann man jetzt natürlich jedes x-beliebige Wascheteb nehmen was sie haben und was da dazu passt bei ihnen aus dem Kartensetzer ein Mini-Album zu basteln ich finde das ist echt eine gute Idee Schein oder? ich finde das schön mir gefällt das ich finde das waschi ist total ein Hammer ja gewaltig jetzt schaut das lässig aus das jetzt aufgepimpt hat schon ziemlich lässig und da kann man jetzt natürlich auch wieder irgendwas reinstecken irgendwelche wenn man im Theater wollte mal Eintrittskarten oder was auch immer oder im Kino ganz wurscht lässig und dann könnte man noch bei einem bei die helleren schauen was haben wir denn da noch so bei dem vielleicht bei dem kriegen wir jetzt da unten noch so eine Tasche da haben wir gerade noch so ein Stückchen von dem blumigen und das bauen wir da unten her dann kann man da auch noch was reinstecken das selbe Prinzip heraus ein bisschen ein bisschen Kleber einfach an drei Seiten drauf damit da nehme ich jetzt auch noch mal das gold eine wasche tab mal schauen ich hoffe ich habe da noch ja müsste sich ausgehen das gebe ich jetzt einfach noch mal drauf echt lässig echt lässig echt lässig schneiden ich hoffe ich habe noch ich hoffe ich komme da noch runter mal vorsichtig ablösen da jetzt müssen wir noch mit dem Tombo ein bisschen nachhelfen an das klebt recht gut das wasche ich mal gucken da brauchen wir ein bisschen Tombo weil sonst steigt das da an der Stelle auf sehr gut cool passt passt und jetzt haben wir da natürlich wieder Luft dass wir da noch was reinstecken das sind unsere Teile für dazwischen da können wir noch ein bisschen dekorieren außen drauf wo habe ich den auch da genau da können wir jetzt zum Beispiel das Wohne total nett dazu reinstecken das hat die Ines gemacht und da haben wir jetzt die kleinen Mini-Büroklammern die ja da dabei sind die werden wir da gleich dafür verwenden und dann hängen wir das mit dem gleich an dann stecken wir das da drauf auf unsere Tasche nein vielleicht umdreide machen jetzt hast du die Tasche genau cool oder das schaut doch total nett aus macht nur zu mind so fertig da brauchen wir noch die Löcher an der Stelle die sind jetzt eh genau alle übereinander da werden wir uns jetzt gerade so eine Lochzange nehmen ich denke jeder der was gern so Mini-Alben und so bastelt wird irgendeine Art von Loch und und wie sagt man dann Ösenzange haben und mit der lässt sich das jetzt natürlich total super machen jetzt muss ich gerade überlegen ich glaube ich brauche die große Öffnung weil wir ja da die großen Eilets rein dann strenzen wir das da gleich durch und da müsste das jetzt eigentlich super passen weil dann wenn wir uns das gleich mit so Eilets verstärken weil sonst wird das nämlich in Null kann man nichts würde das ausreißen und das war natürlich total schade na bleibt da wenn wir uns da mal übere so ein so ein Eilets reinbauen genau dann ist das einfach gesichert dann kann man das eine geben in den Ring und dann reißt das nicht mehr so leicht aus gut das wollen wir jetzt mal gleich bei Olli machen gut das wollen wir jetzt mal gleich bei Olli machen und noch beim letzten wer möchte kann jetzt natürlich diese Eilets auch bei Olli machen dann ist man natürlich viel geschützter und das finde ich macht schon Sinn dass man auch bei denen so Ösen reinbaut weil es einfach ja man möchte es ja doch ein paar mal hin und her platteln können ohne dass was ausreißt und ich habe jetzt da zwei verschiedene Eilets also einmal so die bisschen dunkleren und die helleren und ich mache es jetzt ein bisschen abwechselnd weil ich das einfach immer total nett finde wenn das nicht alles so gleich ist so bauen wir die da geschwind rein die Öffnungen die da schon vorgestanzt sind von den Kartensets die passen auch total genau da braucht man nichts mehr nachstanzen oder so das geht total super so perfekt ganz wunderbar natürlich schauen dass man nichts mit reinstanzt eh klar außer man möchte es gern wenn das so wie beim Faden vorhin Sinn macht dann ist es natürlich schon geschickt aber so wie da ist es jetzt natürlich gar nicht so gut dann bauen wir da noch die goldenen rein und dann noch und dann noch bleib doch Schätzchen so alles klar achso da haben wir noch eins den verpassen wir auch noch so ein Öse beim Dekorieren ist dann natürlich also da gibt es ja da haben sie auch Möglichkeiten nach und nach wir haben jetzt da ein bisschen eine einfachere Variante natürlich gewählt vom Dekorieren so dass das nicht ganz eine Ewigkeit dauert alles miteinander dann haben wir den Bindering schnell aufmachen und dann setzen wir uns da mal rein und jetzt muss ich grad schauen mit was ich gern anfangen möchte ich denke ich fange mit diesem da an genau und da schneide ich mir da nochmal so eine Öffnung rein irgendwie finde ich das geschickt da braucht man da nicht so lange friemeln so da starten wir also dann hängen wir uns eins von denen rein das nehme ich da jetzt da nehme ich jetzt das rosa rote dann nehmen wir ein grünes und zwar ich hätte gern das zugeklebte grüne dann fädeln wir uns ein blubiges Pergament ein und ein dunkelgrün nehmen wir das dann nehmen wir ein hellgrün dann nehme ich jetzt das weniger spektakulär dann nehme ich wieder ein Pergament oder nehme ich jetzt ein dunkelgrün zuerst nein ich nehme ein Pergament sehr wurscht das ist ja nicht so heikel oder sagt sie ja wo ist mein Ende habe ich jetzt mein Ende schon rein gekriegt ach wie bärig ich habe mit meinem Ende angefangen du bist der letzte dann fangen wir halt an mit dem geht an nochmal durch die rolle so nochmal durch die rolle das ist natürlich mit der Eilette super da geht das total gut dann nehmen wir den den dazwischen dann kommt dieser der nächste helle und ganz zum Schluss kommt der dunkle der hinten nichts mehr drauf hat weil das ist einfach mein Abschluss vom Mini-Album dann können wir den Binderring zu machen und damit hat man jetzt da sein Album mit dem man schön arbeiten kann jetzt werde ich da überall noch so ein bisschen die Deko dazu drauf hängen so dass man da noch ein bisschen interessant hat zum schauen dass da da ein bisschen was los ist da drauf das tun wir da raus da ist unser Deck den man dann aussozieren kann das lassen wir gerade so da hängen wir es da drauf das findet es gerade lustig schon so das passt genau dann lassen wir das wieder offen dann hängen wir das mal da innen rein also nicht immer alles außen drauf sein so eine fringel da eine fringel da mega oder? nein ist das süß das lese ich gerade so da gebe ich noch mehr Ausnahme drauf das finde ich einfach heftig wenn das da so zusammenhängt mit beim Eselsohr genau den Rest glaube ich lasse ich gerade ok vom Prinzip her denke ich hat das jeder verstanden wie das Ganze funktioniert jetzt werden wir da gerade zum Abschluss vielleicht noch ein paar Bänder dran hängen und zwar wie mir gedacht ich nehme da dieses und auch noch das goldene dass das auch nochmal vorkommt das finde ich jetzt gerade schön das finde ich jetzt gerade schön da gleich ein bisschen wenig abschrägen mit dem hänge ich das zusammen die Ines hat bei ihr noch ich glaube eine Hand gemacht oder so drauf geben das ist auch ganz hitzig das zeige ich Ihnen jetzt aber dann gleich nochmal zusammenbinden und ich möchte auf jeden Fall noch so Holzteile drauf haben weil das finde ich gerade so total lässig das passt jetzt da gerade total schön noch dazu und jetzt schauen wir mal mal gucken von dem was wir da so haben es ist eigentlich irre was da alles dabei ist oder jetzt können wir so einen großen Schmetterling vielleicht drauf machen da vorne das wäre nett so nehmen wir da hängen wir jetzt noch den großen Schmetterling drauf dann haben wir da noch eine total nette Deko so da la da können wir eigentlich den noch so aufbrechen dann haben wir einen Doppelschmetterling auch lässig schön das ist also jetzt meine Bänderverzierung die mir da dazu gefällt dann ein ganz bisschen klarer schief machen dass sie auch noch was sehen und das so so da la jetzt aber schaut es gleich schön aus da haben wir jetzt nochmal das von der Ines das ist natürlich noch ein bisschen schöner und geübter seitlich wie es die Ines gemacht hat kann man natürlich noch die Buchklemmen hingeben man kann noch die Sticker aufkleben das ist vielleicht etwas das werde ich jetzt da noch nachholen das muss ich noch gleich machen weil das einfach so schön ausschaut das macht der Morzen Wind da das Pickerl zumindest bei der ersten Seite aber ich denke das werde ich glatt noch nachholen das werde ich noch bei allen draufkleben weil das einfach total schön ist aber ich denke so jetzt reicht es momentan dann kann man die verschiedenen Verschlüsse machen man kann das natürlich auch weglassen man kann das natürlich auch weglassen das hält da so auch total schön zu das ist jetzt gerade wie sie das lieber möchten und eben die Ines hat da noch drauf mit Liebe Hand gemacht von Ines total nett oder? finde ich voll lieb und hat eben da noch ein Glockerl dran gehängt also Sie sehen schon je nachdem das macht halt jeder wirklich ein bisschen anders gut ich hoffe dass Ihnen meine Umsetzung von dem Mini Album gefallen hat und ich hoffe vor allem dass Ihnen die Idee auch sogar gefallen hat wie mir und dass Sie der Ines viele Daumen hoch schenken es läuft jetzt die Bewertung läuft jetzt noch eine Woche und dann werden wir schauen wer der Sieger von den diesmaligen Videos ist Ihnen wünsche ich ganz viel Spaß mit der Celebration ich hoffe wir haben Ihnen viel zeigen können was Ihnen auch sogar gefallen hat wie uns ich bedanke mich ganz herzlich fürs Schauen und sage Tschüss Baba bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal